Moin Moin, die geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Among Us. Heute wieder mit Peda, Dardosh, Dalu, Dizzy, Kalle, Maxi McFly, Mike Stieflang und Ray und Sven. Wieso bin ich im Pink jetzt auf einmal? Vor allen Dingen, wieso bin ich wieder mit Dardosh, der Böse? Okay, gucken wir mal, ob ich das besser hingekriegt habe. Lassen wir uns erstmal hier hin. Machen wir auch O2. Oh, dann können wir das ja direkt machen. Drei, sechs, drei, vier, drei. Okay. Karte durch den Schlitz. Luz, Luz, Luz. Warum hat Dardosh den nicht eingegeben? Ich gehe jetzt Elektro ein. Warum hat Dardosh den nicht eingegeben? Hier sind ja eins zum wieder alle. Oh, da hat aber jemand keine Zeit verschwendet. Holy Moly. Erstmal Sven. Aber das können wir doch sogar ziemlich gut rausfinden jetzt. Peter war O2 oben rechts. Ja, wer stand alles O2 oben rechts? Peter. Peter. Andere Frage, andere Frage. Wer stand alles gerade bei Navigation? Weil da waren fünf Leute oder so. Ja, ich bin von O2 bin ich zu Navigation gelaufen. Also Navigation war auf jeden Fall ich. Peter habe ich gesehen. Mike glaube ich. Ich habe euch am Anfang gar nicht gesehen, weil ich glaube ich der Erste war, der das Ding auf hatte. Und dann seid ihr alle gekommen. Okay, und wer hat den noch links ausgemacht? Weil dann fällt der ja auch noch weg. Wer hat links O2 ausgemacht? Wo ist denn die Leiche? Wer hat links O2 ausgemacht? Ja, wahrscheinlich Sven dann. Keine Ahnung. Danke Sven. Kurze Zwischenfrage. Erkennt man, ohne die Map zu öffnen oder keine Ahnung, direkt, ob das O2 oder der Reaktor ist? Weil ich dachte von den Pfeilen her, dass das eher der Reaktor ist. Du kannst oben links die Tasks öffnen mit dem Pfeil raus. Und dann steht da was. Aber können wir nochmal kurz rausfinden, wer alles auf der rechten Seite war? Weil der Mord wurde nach dem Alarm links begangen. Also ich und Peter habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich war auch da. Ich hoffe, ihr habt mich da irgendwie gesehen, weil ich halt auch da die Tasten eingegeben habe. 5, 7, 7, 7, 5 war bei mir der Tod. Ray, Peter, Maxi habe ich auch gesehen, ja. Aber ich glaube, da waren noch mehr. Also es bedürft nicht viel. Ray, glaube ich, oder? Ray, wo war es? Ja, ich war bei Navigation. Da habe ich irgendwie was ausrichten müssen. Keine Ahnung. Ich auch. Also ich bin viel jünglich. Ich weiß keiner, wo die sind. Nils, Mike und Rado. Doch, Jay war scheinbar auch bei uns. Ich war rechts. Ich war alleine. Ja, und du Dalo halt. Also du kannst es natürlich auch sagen. Nein, ich war oben rechts. Oder? Also ich meine, ich hätte Peter und Dalo gesehen. So schnell bist du da rüber? Das Einzige, was mich verwehrt hat, ist, bevor der Alert mit O2 anging, war Peter schon an der Station, wo er das gefühlt hat. Nee, ich sah einen links daneben. Ich sah einen links daneben direkt. Kalle, Nils, Maxi sind theoretisch. Nee, Maxi, nicht Dadosch. Kalle, Dadosch, Marc, Nils. Kalle, Dadosch, Nils. Alles klar. Danke. Hä? Nein, ich war rechts bei Navigation. Kalle, wir haben dich. Gib auf. Ich war bei Navigation. Hä? Kalle, Dadosch, Nils. Alles klar. Kalle, Dadosch, Nils. Kalle, Dadosch, Nils. Jajajajaja. Das ist doch alles schon wieder unangenehm. Scheiße, ich weiß nicht, wo die Dinger sicher sind. Hier ist einer. Oh, da ist wer. Ah, bitte nicht. Bitte nicht. Da ist irgendwer. Oh mein Gott, Kalle, Dadosch, Nils. Huiuiui. Oh mein Gott, Kalle. lol holy shit wo lag die Leiche denn wo lagst du denn das war crazy fuck der ist mir aus dem Admin entgegen gekommen scheiße ich hab das nicht mehr also er lag Admin ich glaub Maxi war in der Nähe ich bin mir aber nicht sicher die Leiche lag so also ich bin an der Leiche vorbeigelaufen hab erstmal in Ruhe den geswiped weil man nur wirklich das kleine Fitzelchen von Dalu's Rücken sehen konnte weil der so hinterm Tisch lag mir ist das nur aufgefallen weil ein Report bei mir aufploppt das war mega crazy genau also wir haben ja gerade bei dir die Kabel oben links in Storage gemacht bist du hochgegangen wie direkt danach ich bin runtergegangen und mir ist gerade Nils entgegen gekommen also von unten Storage? Was ist Storage? der große Raum mit den ganzen Kisten achso ja ne da bin ich nicht hergekommen also doch da bin ich hergekommen doch da bin ich hergekommen aber ich hab nicht da irgendwelche Kabel gemacht Kabel hab ich euch gemacht nein nein Kabel hab ich nicht gemacht du hast ja eh immer eine Elektro bei mir ich war eine Elektro genau wer ist dir entgegen gekommen Jay aus dem Admin Raum? ja Alter Maxi war da welche Farbe? ich war da direkt am Kabel vielleicht war es gelb es muss aber glaube ich jemand sein der dann in die Cafeteria hoch ist also hellgrün und Geld vielleicht? von mir ist keiner entgegen gekommen also ich hab Kalle Kalle kann ich saven glaube ich noch Elektro oder? ich wüsste nicht genau ob das zeitlich gepasst hat aber ich hab Kalle auf jeden Fall Elektro gesehen oder wir haben uns gegenseitig hoffentlich Kalle hätte mich auch unten links Kalle hätte mich gerade in Elektro killen können ich bin sehr froh dass das nicht getan hat ich kann Nils saven also Kalle hat auf jeden Fall gerade die Tank diese Füllaufgabe da gemacht ja genau also Maxi oder Ray sind aus meiner Sicht Nils und ich waren unten rechts oder rechts ne ich bin gerade ich bin gerade hab den Download ich wollte jetzt gerade zum Upload und bin halt zielstrebig dahin weil das glaube ich immer im Admin ist oder? also so kommt es mir rüber und dann hab ich auch noch gerade gesehen dass der Report ist und dann kam auch schon der Report also ich bin wieder mal komplett blind gegen also Jay kann es natürlich auch selbst gewesen sein das steht fest also ne Jay ja logisch das war dann aber gut gespielt mit dem Report also naja aber ich bin ein Spielerschauspieler GZS hat angefragt ja okay Nils äh ne Maxi und Ray vor denen hab ich auch jetzt Angst ich hab wieder verhalten Angst Kalle vielleicht weniger alles vielleicht lieber aber ich bin noch nie fuck fuck alarm scheiße ich hab gerade kalle war es nicht dadurch war es nicht die waren nämlich gerade bei comms ich bin gerade reingegangen da kam wieder das report auf vielleicht ist gerade oben hin abgehauen ok also ich habe maxi gesehen ok maxi ist es nicht mike ray peter also ich war in medbay ein bisschen verwirrt kann man das irgendwie sabotieren dass die die tasse nicht mehr gehen ja genau das war ja ich habe die comms gerade gemacht ja ja das war gerade eine sabotage ich möchte noch mal kurz sagen mike hat ihnen gesagt dass er mich im augenwinkel bei dem refueling gesehen hat problem ist dabei nur oder wer war das ich habe nicht gesehen ich habe nicht gesehen ich kann deine stimme gar nicht zuordnen sorry ok ok wenn du das gesagt hast weil ich habe dich nämlich gar nicht gesehen überhaupt nur noch gar nicht ich bin oben rum ja ich laufe die ganze zeit alleine rum ich denke auch die ganze ich kann mich ja nie prüfen dadurch aber was ich noch sagen wohl wo wurde denn die leiche gefunden das würde mich interessieren ja das war nils habe ich noch am anfang der runde in den beiden kisten unten links ist gerade hochgeraten scheiße man ich habe nur die füße gesehen und dann war da jetzt gerade noch in communications unten gerade ans letztes ich war dadurch schon kalle genauer und karte kalle war noch drinnen ok also müssen jetzt mal sagen die ist der kill ist gerade passiert also es ist definitiv nicht kalle oder da oder peter ich weiß nicht also ich war ich kann ich kann mich auch nicht verteidigen das ist das problem ich war ein matt bei ich hatte gerade schon ray und maxi maxi ich hatte gerade schon ray und maxi auf der dingens liste also könnte es ray sein darf er jetzt wo man sollte jetzt nicht wo man eigentlich nicht wo man ist okay also ray ist verdächtig und sehr verdächtig und peter und mike ebenso und maxi und ich natürlich wie immer auch weil ich ja wieder zwei leichen gefunden habe aber ich bin guter das ist so eine scheiße das habe ich nicht gesehen aber die leiche ist gerade darunter gefallen so ich bin glaube ich jetzt tot ich habe zu viel gesagt schon die hassen mich jetzt dann sieht halt aber auch nix es wird das ist evig Wer ist tot? Ich glaube Kalle ist tot. Ja, Kalle ist tot. Jay ist auch tot. Holy shit. Das war ein Doppelkill. Okay, dann sind wir noch bei dem Poster da. Ray, wir kamen gerade zusammen in Lower Engines. Ja, ich bin extra bei dir so ein bisschen geblieben, weil ich gedacht habe... Ray, welche hast du gesehen denn? Ich denke, ich habe Kalle, also unten links. Können wir nicht sagen, ich konnte auch den Körper reporten, aber nicht gesehen. Und Mike war noch Electrical. Okay, ist gerade noch jemand oben rechts zufällig, bin ich gerade hinrennen zum Fixen. Ich nicht. Was zum Fixen. Also ich bin gerade Cafeteria. Ja, gerade ist doch irgendwas angesprochen, um recht zu fixen, oder nicht? Bei mir ist was aufgegriffen. Also gerade ist was... Ja, aber es war gerade Alarm da, aber dann wurde ja instant reported. Also... Okay. Also das war nur gerade... Okay, ihr seid alle Mörder! Und lasst mich jetzt... Wir drehen uns alle um. Wer hat denn kein Alibi? Also ich habe kein Alibi, ich habe keinen gesehen. Dados und Peter haben gerade aus meiner Sicht kein Alibi. Aber ich glaube es nicht, weil Ray oder Mike, einer von den beiden müsste es auch gewesen sein. Ansonsten haupt das nicht hin. Also entweder Dados und Peter ist... Ich bin jetzt extra die ganze Zeit bei dir gewesen. Ich kann ja den Kill gar nicht gemacht haben. War er die ganze Zeit bei dir? Sehr lange, ja. Sehr lange. Ich bin sogar extra wieder zurückgelaufen, um dass es wieder nicht so den Anschein hat, hey, ich bin da ganz alleine. Also ich stand da gerade 10 Minuten im Electrical und habe versucht, die eine Aufgabe zu machen, wo sich diese Dinger drehen. Ja, Mike war auch die ganze Zeit da. Nee, nee, Ray, wir standen schon eine ganze Weile in Electrical und Mike kam erst dazu. Also Mike und Peter dann. Er könnte von Engines gekommen sein, lauer Engines. Mike und Peter, Mike und Peter. Nee, 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 nee. Ich würde fast sogar eher Mike sagen gerade auf jeden Fall. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Ja, wir müssen jemanden voten, das war ein Double-Kill auf jeden Fall. Ja, Mike, Mike und Scheiß. Was? Leute, was? Ja, ich war es nicht und Maxi auch nicht. Ihr seid so gemein, ich habe gar nichts gemacht. Boah! Wusste ich. Fuck. Oh mein Gott. Krass, wen habe ich denn da kurz vorher gesehen? Dann war das Peter. Leute, wenn Dardos nicht diskutiert, dann ist Dardos Imposter. Und die stehen noch neben Dardos auf uns zwei und denken mir so, wie macht der das nicht? Jay, beide Kills stand ich halt legit irgendwie drei Meter neben dir. Alter, ich habe das halt nicht so anlackig gewesen. Es ist halt auch echt sehr, sehr schwer, sich zu verteidigen, wenn Jay jedes Mal reportet und erst mal 40 Sekunden schreit. Oh mein Gott, ich habe ihn fast gesehen. Und ich so, ich will gerade sagen, dass ich es nicht sein kann. Und irgendwann schmeißen mich die Leute raus. Moment, aber da war ich ja schon tot, wenn du sie ausgeworfen hast. Da hätten wir, also das Problem war, also eigentlich hätten wir Dardos und Peter, weil... Das Problem ist, ich war bei kein Alibi, wir waren eigentlich zu dritt, aber so safe. Ich musste mich ja auch irgendwie schützen, weil ich ja die ganze Zeit am Reporten bin. Jay war der Verdächtigste von allen. Ah, hier ist wieder ein Laich und hier. Ja, das war auch ein Scheiß so. Okay, irgendwie muss ich ja dann direkt das sagen. Ja, das ist halt super. Also ich habe Peters, ich habe halt Peters Füße nur gesehen. Das ist halt, weil man halt als Crewmate nix sieht. Oh, hast du ihm noch die Hand gegeben, als er rausgelaufen ist? Ja, wolltest du das? Hallo, Jay. Hallo, Peter. Ich muss mir die Aufnahme nochmal genau ansehen. Ich muss mir wirklich meine Aufnahme genau ansehen. Sicher, Dardos, ich glaube nämlich, Jay war schon im Raum drin, als ich dich gekillt habe. Ja, aber du bist ja trotzdem an ihm vorbeigelaufen. Nee, ich glaube, der war schon im Raum drin. Kann sein, dass ich da die Aufgabe gemacht habe. Also ich bin dann rein, gekillt und bin wieder raus. Also ich bin nicht aneinander vorbeigelaufen. Also bei meinem Kill haben Peter und Jay sich angeguckt. Die standen auch ineinander drin und ich so, was, warum denn jetzt die beiden auf einmal? Die deckt sich einfach. Also Scheiße, die wollten eine Impostor-Runde haben für eine Aufnahme. Die letzte Runde, ja, Mike war nirgendwo. Also muss es Mike eigentlich gewesen sein? Guck mal, es gab überhaupt keinen Verdacht auf mich. Ja, okay, dann kick mal. Ja, fand ich gut, die Entscheidung. Ich bin scheinbar komplett blind und unfähig. Gut Job, Dardosch. Ja, D, D. Nee, absolut nicht. Aber da gebe ich Jay recht mit diesem Reporten. Ich glaube natürlich, dass wir als Innocent quasi so eine geringe Sichtweite haben. Ist der Report-Knopf aber schon weitreichend. Also man kann den Reporten, obwohl man ihn noch gar nicht sehen will. Ja, ja, nein. Ich habe den letzten, ich weiß nicht mehr, wer das war da unten bei den Kisten. Den Kill habe ich, glaube ich, gesehen, aber ich habe halt einfach so Peder da. Peder war schon einfach, ich habe nur noch die Füßchen von Peder gesehen. So, da konnte ich das nicht mehr sehen, wer das war. Ich habe mich dann gleichzeitig, weil ich halt gleichzeitig den Report gedrückt habe, weil dann halt das Hähnchen da lag, habe ich mich dann voll geärgert, dass ich nicht eher erst hinterher gerannt bin, um herauszufinden. Das war einfach so meine Unfähigkeit, beziehungsweise meine Nubigkeit oder Anfängermäßigkeit, die ja ich halt noch nicht habe in dem Spiel. Aber dieses Hinterherrennen, wenn man eine Leiche findet, um noch zu gucken, weil man jemanden wegrennen sieht, das kann dich auch verdächtig machen, wenn plötzlich hinterher noch jemanden kann. Wäre mir aber in dem Fall egal gewesen, weil dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen, hättet ihr mich rausgeworfen, aber im Zweifel auch Peder. Und dann wäre zumindest ein Imposter weg gewesen. Das stimmt. Aber so war es viel besser. Das wäre mir wert gewesen. Ich habe wirklich gedacht, ihr beide seid das, ne? Weil bei mir auf dem Bildschirm standen ihr ineinander drin und ich denke, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ekelhaft. Wirklich ekelhaftes Gameplay. Das war am Ende sehr witzig, aber Peder beschuldigt da ein bisschen. Ja, das war auch wieder eine Frechheit, ey, dadurch, nächstes Mal, mache ich direkt Emergency und sagt Daisy. Man sieht als Imposter auch, wer der andere Imposter ist, oder? Ja, ja, ja. Wie ist eure Planung? Ja, wie ist die Planung? Die Planung ist, dass ich sage, vielen Dank fürs Zusehen, hauen sie rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.